Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion mit unserer Nachtelfe Alexiel. Gut ausgerüstet geht es durch den wunderschönen Torbogen zum Tempel des Mondes. Und wir laufen jetzt hier entlang. Links sind ein paar Portale, die ignorieren wir erstmal. Und dann geht es nach oben, denn wir wollen zu Tyrande Whisperwind. Und da geht es hier hoch und ich dachte gerade, hä, wo ist das nochmal unten? Aber es geht nach oben. Ja, ich blindfisch. Wir werden die dann schon finden da vorne. Mit Flöckchen und Phipps. Phipps ist jetzt auch dabei. Da ist auch der nächste Quest, den können wir auch noch gleich mitnehmen. Schildwache, Kordresser, Dornenbogen. Ihr da, ihr seht fähig aus und vielleicht sogar hilfsbereit. Aber die ist letztendlich gefallen. Zwar haben viele Einwohner bereits vor langem die Stadt verlassen, als der Kataklysmus uns heimsuchte. Doch einige der hartnäckigeren Bewohner wurden noch nicht gefunden. Und jetzt scheint die Stadt auch noch von Elementaren überrannt zu werden. Meine Schwestern brauchen Hilfe bei der Rettung der Überlebenden. Bitte, Jägerin, benutzt den westlichen Teleportbaum, um nach Ruth Serran zu gelangen. Sprecht mit der Wespe und sichert einen Flug nach Lord Danel. Beeilt euch. Das machen wir. Und hier haben wir sie. Ein geschichtsträchtiges Pärchen, würde ich fast meinen, hier in dem Spiel. Und mit den beiden werden wir auch noch öfters noch zu tun haben. Hier ist Tyrande Whisperwind. Ich zoome ran. Die Göttin ist mein Schild. Wie ist es euch ergangen, junge Dame? Ah, gesegnetes Wasser aus unserem Mondbrunnen. Ihr seid also Zeuge des Geistes der Kaldorei geworden? In letzter Zeit fällt mir immer mehr auf, dass dieser Geist mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Aber so ist nun mal die ständige Natur der Entdeckungen, die uns in unseren dunkelsten Stunden umtreibt. Ich werde euch die einfachsten Antworten geben, die mir zur Verfügung stehen. Malfurien ist zu mir, zu uns zurückgekehrt. Dennoch sind wir schweren Zeiten ausgesetzt. Hirschhaupt ist verschwunden und die Welt benötigt sich vor Schmerzen. Malfurien muss viel heilen und er wird Hilfe benötigen. Ich stotter hier so rum. Wir haben Stufe 14 erreicht, dafür, dass wir das hier gemacht haben. Und haben Tierheilen eine neue Fähigkeit. Die ist hier unten. Das ist sehr schön, damit können wir unseren Begleiter heilen in schwierigen Situationen. Ja, können wir machen. Er jumpt hier vor uns rum. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt hier einfach wieder runter. Jetzt sollen wir den Teleportbaum benutzen. Irgendjemand folgt uns. Aber egal. Schauen wir mal, was der Teleportbaum uns bringt. Wir sind im westlichen Teil von Thanasen, reist nach Rotterra. So was steht hier. Portal nach Exodar. Exodar. Wollen wir das? Ein Feuerhalbinsel. Ähm. Bin ich denn dann richtig hier? Sprich... Ja. Im westlichen Teil von Thanasus bin ich dann überhaupt richtig hier? Weil es gibt ja noch andere Portale. Vielleicht ist das auch falsch. Oder so. Hm. Bin mir da nicht so sicher. Vielleicht soll ich eher hier so lagen. Ja, wir laufen mal einfach. In der Hoffnung, dass ich das dann noch finde. Die Terrasse der Händler entdeckt. Aha. Aber wo sind diese Portale? Tja. Hm. Ich will ja nicht aus der Stadt raus. Auch so ein bisschen crazy. Es wird mich jetzt wahrscheinlich dahin führen, wo ich gar nicht hin will. Nämlich direkt an den Ort, wo es hingeportet werden soll. Nee, ich glaube, ich muss mal gucken, welches denn das richtige Portal ist. Bis gleich. So, weiter geht es. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden. Ist ja auch verwirrend mit diesem Weltenbaum. Und da drunter sind direkt zwei Portale. Aber die sind es natürlich nicht, obwohl man da direkt ist. Deswegen steht wohl hier auch im westlichen Teil von Thanasus. Und wenn man jetzt hier die Karte anguckt, sind wir hier von ganz Thanasus auch hier im westlichen Teil. Und ich habe einfach wieder jemanden gefragt, hier so jemanden, bei anderen Kontinenten gibt es einmal Exodar und Sturmen in den östlichen Königreichen. Da dachte ich, hm, das wird wohl das sein, wo wir hinwollen. Und wenn man jetzt hier durchwandert, tada, sind wir in Teldrassil. Das ist ja auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Ne? Finde ich. So, ist hier ein Flugmeister, den wir noch nicht hatten. Irgendeiner, der so dazwischen ist. Hier ist auch, äh, Ruth Terran. So. Und jetzt sollten wir doch, ähm... Ach was, guck mal. Jetzt sind wir schon direkt da, wo wir, glaube ich, hinwollten. Aber noch nicht ganz. Können wir da irgendwie besser hin? Sonst den Tippen... Reist nach Rundern. Sprecht dort mit Westbrüstung, um einen Flug nach Lordanell zu sichern. Okay. Dann wollen wir mal nach Lordanell. Hier hin. Wunderbar. Das laufen wir jetzt nicht, das Stück Weg, sondern wir fliegen dorthin. So soll's sein. Ich finde es immer sehr spannend, in andere Gegenden zu kommen. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das an der Stelle gemacht habe damals, weil ich sehr, sehr schnell leveln wollte. Und dann habe ich hier und da auch was übersprungen. Also sicherlich war ich dann später nochmal da, aber ich weiß nicht, ob ich diese Reihenfolge jetzt so schön eingehalten habe, wie wir es jetzt gerade zusammen erleben. Also der lineare Weg, den man eigentlich benutzt. Benutzt. Von daher finde ich das sehr cool. Interface wieder eingeschaltet. So. 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 Interface wieder eingeschaltet. Jetzt landen wir auch schon. Verstanden, Schildwache. Kehrt zurück zum Strand und helft ihnen alle, die noch im Leben sind, zurückzubringen. Und ja, danke. Okay. Tschüss. Oh, nee. Ich nur Daldir. Haben die Schildwachen euch geschickt? Elune sei Dank. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Elune, erleuchte euren Weg. So. Die letzte Welle Überlebender. Für Land. Achso, Quatsch. Für Land. Für Laird ist es zu spät. Er hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Die letzte Welle Nachtelfen aus Oberdina hat vor ein paar Stunden versucht zu entkommen. Sie sind in ihrem alten Zuhause geblieben und haben sich an die Hoffnung geklammert, dass gerettet werden können. Aber offenbar mussten sie sich letzten Endes den Naturgewalten beugen. Ich befürchte, dass viele von ihnen es nicht schaffen werden, so wie Laird. Oder Leid. Oder Leiden. Eilt euch. Geht zur Küste im Westen hinunter und macht so viele Überlebende ausfindig, wie ihr könnt. Wir schicken Schildwachen und Hypokryphen. Aber jeder Augenblick zählt. Wir müssen wissen, wer überleben könnte. Die Göttin schützt euch. Die Göttin segne euch. Ja, die Göttin, die Göttin. So. Dann laufen wir jetzt los. Äh. Sind mal in einer ganz neuen Gegend. Was haben die hier? Bergbaulehrerin. Mhm. Könnten wir lernen. Möchte ich aber nicht. Möchte nicht so gerne Bergbauarbeiter sein. Ich weiß nicht, ob das fürstände Handwerkswaren. Was geht euch durch den Kopf? Möchte das alles betrachten, was ihr hier so habt. Aber hier ist ja nichts Tolles. Rüstung und Schmied. Möchte Typen. Beinlinge und Diet und Dat. Aber nix, wo ich eine Vorlage noch nicht hab. Verstehe ich. Gereilen wollte ich gar nicht. Hexenmeisterlehrerin. Na, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Ja, ich bin aber ein munteres Persönchen. Hier haben wir eine Stallmeisterin. Wir haben aber ja noch gar nicht so viele Tiere. Äh. Was haben wir hier? Eine Haustierleine. Viel Glück. Eine Jägerlehrerin. Mit der können wir aber auch nichts anfangen. So, holen wir uns mal den Quest hier ab. Ihr da, wir brauchen so schnell wie möglich brauchbare Leute. Es hängt ein Leben davon ab. Okay. Ein paar der Überlebenden des letzten Angriffs vor Oberdiene versuchen noch immer an die Küste und in Sicherheit zu gelangen. Wir haben vor weniger als einer Stunde erst erfahren, dass sie kommen. Äh, ich wünschte, wir hätten mehr Vorwarnzeit gehabt. An der Küste westlich von hier wimmelt es von bösartigen kleinen Wasserelementaren. Wir müssen sie beseitigen, wenn die Überlebenden es bis nach Laudanelle schaffen sollen. Macht euch sofort auf den Weg. Und tötet jeden Elementar, den ihr finden könnt. Ja, okay. Das mache ich natürlich auch. Kein Problem. Ja. Gut. Dann laufen wir mal hier entlang. Wie sieht es hier aus mit den Pets? Wie schwer sind die hier? Sonst muss ich nämlich echt nochmal zurück zum Leveln da. Aber wir müssten doch jetzt eine Stufe schwieriger sein. Eichhörnchen. Level 3. Das ist gut. Das nehmen wir noch mit. Das wollte es so. Ihr kennt es. So, Lilly. Los geht's. Lilly greift an. Lilly muss gestärkt werden. Juhu. Lilly hat das Eichhörnchen besiegt. Gut gemacht, Katze. Ja, das hat auch gut Erfahrung gegeben. Dann werden wir die hier weiter trainieren. Entdeckt Dunkelküste. Noch ein Eichhörnchen. Komm her. Komm her. Komm her. Äh, nehmen wir doch mal den Fipsonator. Fipsonator gegen das normale Eichhörnchen. Na. Wie effektiv wird das wohl sein? Ein Robo Eichhörnchen gegen ein normales. Unseres ist aber etwas schlechter. Ist vielleicht aber nicht schlecht. Dann kriegen wir mehr Erfahrungspunkt. Oh Gott. Fipsonator stirbt gleich. Der Fipsonator. Ich glaube, das wird nichts. Das Saphirjunge wird auch nicht besser sein. Vielleicht hätte ich sie vorher mal heilen sollen, bevor ich im Kampf gehe. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Jetzt ist das Saphirjunge tot. Das hat auch noch gar keinen Namen. Unser Saphirjunges. Dann muss Lilly ran. Los. Mach's platt. Verschlingen. Ja. Na gut. Jetzt ist es gleich dran. Wunderbar. Eichhörnchen tot. Hey, hey. Wir haben es sehr wohl geschafft. Schwierigkeitsbonus. Lilly hat Stufe 5 erreicht. Vielleicht wie jetzt hier kommt hier so ein Hirsch angedonnert, der sich mit uns anlegen will. Jetzt muss ich aber ganz schnell hier unsere kleinen Lieblinge wiederbeleben. Ja. Haustiere beleben. Den sollte es jetzt eigentlich wieder gut gehen. Hier haben wir noch ein Kaninchen. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, es wird immer noch weiter gelevelt. Ich mache das aber auch gerne sonst offline weiter. Ja. So ist man dann schon ein bisschen weiter. Aber. Ja. Die sind halt hier gerade schwach. Und. Stark zugleich. Also genau die richtige Stufe für unsere Pets. Ja. Da wird das gar nicht dran glauben müssen. Lilly hat es fertig gemacht. Ja. Okay. Achso. Hier ist doch eine Schnecke. Ja. Die habe ich jetzt gar nicht gerade weggeguckt. Die Schnecke nehmen wir auch noch mit. Einfach mal so eine Schnecke hier. Kann sie da überhaupt was machen? Nö. Ist einfach nur Wasser jetzt gerade. Oder was? Puchen wir mal das Saphirjunge. Ich glaube, Lilly muss gleich eh nochmal ran. Aber trotzdem. Das war gut. Ja. Unser Saphirjunge ist echt noch nicht so wirklich stark. Fipsonator kommt. Zur Hilfe. Chip. So, dann. Los. Hör auf damit. Mach die Schnecke fertig. Das hilft hoffentlich. Oder auch nicht. Leider. Komm. Oh, Manu. Ich will nicht, dass wir sterben. Oh, Fipsonator ist tot. Ist aber auch schon Stufe 6, die blöde. Tote Schnecke. Richtig gemein. So, Lilly. Das muss jetzt aber fetzen. Verschlingen. Komm. Ja. Tote Schnecke. Komm. Wir haben gewonnen. Das war echt schwierig. Da muss doch jemand jetzt ein Level abgehabt haben, nicht? Komisch. Das hätte ich jetzt aber gedacht. Ja, gut. Dann, ähm, Haustürbeleben kann ich gerade nicht. Dann lassen wir das mit den Haustür kämpfen. Mal erst mal. Ich habe eine Idee. Wir holen uns hier, so wie ich das damals auch gemacht habe, am Anfang einen Hirsch. Ähm, Hirsche haben ist irgendwie auch so ein Markenzeichen bei mir. Genauso wie die Füchse. Ähm, deswegen hole ich mir jetzt mal so einen Hirsch. Wenn ich den überhaupt kann, können wir noch nicht. Zehn. Bin ich doof. Können wir das noch gar nicht? Wir haben doch jetzt schon zwei Plätze. Dann müssten wir das doch können. Habe ich das noch nicht drinne irgendwie? Äh, ich bin verwirrt. Das ist unser Wildtierführer. Das ist das. Lass uns hier erstmal gucken. Allgemeine Schwimmwaffenfertigkeit. Irgendwie sind wir Zauberbohren, Naturwiderstand. Äh, haben wir das noch nicht gelernt? Fips, äh, beschmeißt uns, äh, nebenbei noch. Automatisches Dödödö. Bin ich jetzt bescheuert? Hausjurbe Leben. Wann lerne ich das denn? Weisheit und Fluglizenz und dann konntest reiten. Nö. Tierherrschaft, das müsste ja eigentlich hier auch sein. Erstgeltwerke Aspekt des Geparden. Und so, es kommt alles noch. Hm, wir können den hier rufen, aber wir können den nicht, wir können sie auch wiederbeleben, aber ich kann noch keinen, mir zähmen. Wo ist denn das mit dem Zähmen? Zorn ist untersehen, noch Freudentaube, Teerfalle, was wir noch alles lernen, Todstellen, Aspekte, Wildnis, nö, 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 Zorn, Rückzug, Aspekt, Meisterschaft, Begleiter, ich bin, Ich dachte, wir könnten das schon. Tja, nö, anscheinend nicht. Oder so. Hm. Ja, dann, ähm, kommt das noch? Pech. Dann kann der Begleiter jetzt wieder kommen. Und, ähm, ja, Pech, ne. Dann gehen wir jetzt zum blauen Kreis. Die düdeln hier nicht so lange rum. Schade. Ich hätte mir jetzt den Hirsch gerne geholt. So, wir sollen die hier aber erledigen. Die komischen Elementare, die machen wir nochmal platt hier. Ich dachte, das ist alles echt zu lange. Ja, da ist noch jemand. Das ist schön. Aber es ist, äh, eine Schildwache. Vier von acht. Kriegen wir gebacken. Fünf von acht. Toll. Kann sie mal aufhören, die auch zu beschießen? Dann kann ich hier nebenbei arbeiten. So, sechs von acht. Ich glaube, mit dem müssen wir mal, äh, reden. Walkors Körper liegt bewegungslos da. Als ihr euch daran macht, euch fortzubewegen, streckt sich eine Hand nach eurem Knecht aus und tastet ihn. Volker, ich bin so glücklich, dass ihr es geschafft habt. Aber wo ist Grimmklaue? Wir werden uns später um ihn sorgen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Okay, und dann macht es mal. So. Da ist noch jemand anscheinend. Daimalskörper sieht fast friedlich aus, so wie er da liegt. Nur ein wenig von Sand bedeckt. Ach so, nee, den können wir noch nicht. Hier ist noch jemand, dem wir helfen können. Gashala Nachtraunen gerettet. Rollt sich auf die Seite, um euch entgegenzusehen, als ihr euch nähert. Gashala, denn Tari wird so glücklich sein, euch leben zu sehen. Ich bringe ihn zurück zur Priesterin. Habt Dank für eure Güte. Kein Problem. Mach ich doch gerne. So. Jetzt noch der letzte hier oder so? Nee, der drittletzte. Zerrellen Weißklaue. So. Da kommt jetzt bestimmt wieder jemand. Hallo? Sieht so aus, als hätte er eine Chance, wenn er bald gerettet wird. Kommt aber keiner. Na gut. Da ist noch ein Elementar. Sieben von acht. Gleich haben wir es. Ja. Dann. Acht von acht. Das haben wir erledigt. Und dann holen wir uns noch da. Hinten ist noch einer. Dem kann noch geholfen werden. Bekomme 140 Erfahrungen. Das ist wunderbar. Können wir hier aus den Steinen drauf? Oder nicht so? Schaldin. Helft mir, bitte. Schaldin. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Schaldin sicher zurückgebracht wird. Hab Dank, Held. Sag ich auch immer, wenn mir jemand hält. Danke, du Held. Ja, jetzt können wir zurück wandern. Das war gut. Erfolgreich. Bisschen doof, wenn man noch mit den Tieren ziehen. Hätte ich gern gemacht. Ja, so ist das. Ein Tanzmann wäre echt toll, weil so auszusehen macht nicht so viel Spaß. Und ich bin auch eine große Nachtelfe. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Die Blutelfe ist immer so schön klein und zierlich und passend zu mir. Und die ist immer so ein bisschen klobig. Aber ich mag halt die Rasse so gerne. Also beiden Elfen mag ich ja sowieso. Egal, welche Elfen. Aber in dem Fall ist es die Allianzseite. Und ja, bin ich doch sehr froh, dass ich die mal so auskosten kann. Dann kann man beides haben. Man kann ja beides spielen. Nein, ich bin runtergefallen. Das war jetzt nicht so toll. Da oben wollte ich doch hin. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Aber warum passiert das immer mir? Warum nur? Warum? Ich glaube, hier kann ich hoch. Das wäre toll. Springen. Gott sei Dank. Wunderbar. Dann sind wir direkt beim Fragezeichen. Walterferinnen. Wir sind euch für eure Anstrengung sehr dankbar. Seit dem Kataklysmus sind die Elemente außer Kontrolle. Blablabla. Ja. Gut. Schön. Seid gegrüßt, Jägerin. Ja. Kein Ding. Dafür bin ich ja hier. Zu helfen, wo ich kann. Das ist mein Job. So. Und da ist sie, die Dintarier Silbertal. Friede sei mit euch. Ich danke euch, Jägerin. Manche von ihnen hätten es ohne eure Hilfe nicht geschafft. Was sagen die jetzt? Priesterin, ich bringe euch Nachricht, dass noch mehr Belebende kommen. Sie tun alles, was sie können, um nach jenen zu suchen, die noch am Leben sind. Bitte schickt alle Hilfe, die ihr geben könnt. Ja, hatten wir doch schon. Wir werden die Verwunderten ins Hauptgebäude bringen, sobald alle sicher in der Stadt angekommen sind. Vielleicht könnt ihr uns später dort aufsuchen. Mögen euch die Sterne leiden. So. Ich bin geehrt. Gut, euch zu sehen. Dank euch sind unsere Verwandten sicher nach Hause gekommen und ich hege Hoffnung, dass sie uns auch weiterhin helfen könnt. Ihre Wunden werden so schlimm sein wie die von Leid. Leid. Der Typ halt. Jeder einzelne wurde an der Küste arg mitgenommen und von den Elementaren angegriffen. Ich tue, was ich kann, aber es scheint, als hätten die Elementare ein Gift, das die Wundheilung einschränkt. Ich hoffe, eine Salbe herstellen zu können, aber dazu benötige ich Sekret von Muschelmuskeln, die an der Küste zu finden sind. Könnt ihr mir helfen? Geht. Ja, Muschelmuskeln, das ist kein Ding. Wenn die Verwundeten ankommen, werden wir sie im Gasthaus unterbringen, werden wir sie pflegen. Bitte stoß dort zu uns, wenn ihr zurückkommt. Okay, Gasthaus wäre cool, da könnten wir unseren Ruhestein binden. So, das wäre eine Idee. Wir haben ja noch gar keinen. Da vorne ist noch ein Quest, den nehmen wir auch noch mit. Dann machen wir die im nächsten Part schön alle weiter. Das ist das Hexknallkurbeldreh. Toller Name. Dröhnkiste 413. Seid gegrüßt. Ich helfe Tamarion dabei herauszufinden, was die Tiere in der Gegend verderbt. Ich habe ein Gerät aufgestellt, das Tierfälle und mögliche Verderbnis-Erreger analysieren kann. Wenn ihr mir ein paar gute Proben besorgen könnt, so werden wir schnell herausfinden, was es mit der Verderbnis auf sich hat. Das erste Gerät ist die Dröhnkiste 413. Sie steht am Strand östlich der Stadt, besorgt das Fleisch der verderbten Gezeitenkrieche in der Nähe und bringt es zur Dröhnkiste, damit wir es analysieren können. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Okay, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag und beende dann hiermit den Part erstmal. Bis zum nächsten Mal. Seid gegrüßt. Bis dann.